für Menschen vorgegeben und zu den Garten gibt es zum Leben von Schiffen okay wir haben gerade was neues neue denn es ist böse will etwas kräftiger haben hier haben wir das gespritzt mein Volk mehr das Kerkel um rechts wir müssen noch rechts unser haus oder mit zwei missionen was die selber aufgabe warum muss ich die kasse benutzen wenn ich woanders landen und da die damen aus dem kalt und nein der alternative humankeit greift erläutern wir müssen sofort zum haus immer gerade aus letztes haus oh mein gott wir müssen die welt für alternativ humankeit retten oh mein gott schnell beeilung ich habe keine zeit mit ihr zu spielen ja um euch kümmern wir uns später wir müssen den alternativen humankeit von der ostküste besiegen oder wir sind da karte verschwunden oh mein gott oh gott was haben wir nein ich muss mich aushalten Mach bitte, bitte, dass er abhaut! Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kid? Besiege den Human-Kite-Doppelgänger erneut! Das werden wir mit dem größten Vergnügen erledigen. Die Barriere ist wie das Rote Meer und der Moses kommt ihr hier nicht durch. Ok, wir müssen also möglichst weit vor. Wir haben doch auch Attacken, wo er sich bewegt. Oder Kuhn, die Plätze tauschen oder zu mir scheinbar jemandem treffen. Na gut, Scheiße! Alter! Der Kuhn, 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 der Kuhn. Er fahrt auf der anderen Linie. Ok, wir treffen ihn zumindest. dejjahhhh! 1, 2, Diavelet. Ja, das ist ein scheiß Spruch! So, treffen wir ihn... Nein! ok, wir können aber wieder den Zug bleiben... Platz, Platz, was auch immer! da kommt es zumindest noch 1 vor der verletzt wird nicht so gut doch es bringt was wenn ich jetzt das fällt jetzt frei wenn ich jetzt so das geht nicht kommen wir auch nicht an das wird immer den zug jörg und angriff die der hat schon die Hälfte weg oder der hat 100 wo er noch vorhanden noch was im Pettel der Arbeit muss immer weiter vor Okay, okay, Superquake. Willst du hier den Weg für uns öffnen? Das geht nicht. Geil, Hauptsache. Okay, die Marikaner ist versprochen. Geben, zumindest irgendwo hinzustellen wir uns was nützt. Nein, gut, dann stellen wir ihn einfach mal ab. Ich sage jetzt angreifen, ja. Ach Gott, nein. Nein, soll so nicht. Ah. Wir nehmen eine Menge damit schon. Die Special Attack ist schon verfügbar. Und tschüss, ein komisches Wesen aus einem Paralleluniversum. Um die Macht des Windes anzurufen, Hidmeil Schügginger. Oh nein. Irgendwie Kraft des Windes bei den Trakens in die Lippen. Nein, er hat sich losgerissen. Und alle Sachen hängen im Saugusak, Kyle. Dann geht's auf. Keine Sorge, Super-Suppel, guck mal ab. Ich hab heute keinen Trakken mehr. Aber kommt noch meine Super-Waffe. Das ist Sheila, diese Kinder ärgern wir. Oh nein. Was, was war das? Oh mein Gott. Wer ärgert mich hier? Wer seid ihr, denn ich ruf jetzt eure Mütter an. Haben Sie deine Sheila! Besiegelt die Prowlowskis? Oh nein. Oh, bin ich jetzt dran? Äh, ich kann auch noch warten, nein. 180 Geschütz, Alter. Was? Der Bild ist nicht wieder mit. Okay, sollen wir jetzt echt Mrs. Prowlowski angreifen? Die macht uns doch platt. Was lässt sie sich doch nicht gefallen? Na gut, was soll's? Das Kyle hat's so gewollt. Ach. Halt mir sofort auf! Alter, das ist meine Mom! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiß drauf! Diese Burschen müssen mal manieren lernen! Oh. Wenn ihr meine Mom vermöbeln wollt, müsst ihr erst an mir vorbei! Ja, Human Kite, dann hast du es mich anders gewollt. Oh Gott, die wird so ausflippen, wenn wir das tun! Voll weg, Hans! Nicht meine Mom, Arschloch! Kyle! Bin ich jetzt endlich dran? Ja. Okay, wir können... ...hör sie hier rüber stellen. Hallo, der Kuhl ist auf dem Weg! ...die Mucker! Die Mucker! Wieso? Okay, ich glaube, uns könnte ich erst mal was zu essen geben. Ja, ich esse erst mal was. Dann bleibe ich. Ich muss mal in der Nähe von Kyle stehen. Ja, aber jetzt verhindert sich mein Akkai, ich habe die Versteigungsversteigungen. Ähm, was haben wir denn hier Schönes? Ähm... ...Burrito! So! Hier wäre es immer lieber den Burrito. Und so mal auf jeden Fall voll. Na gut, ne, reicht nicht mal ganz scheiße. Boah, krass, Alter! So ist das so stark! Siehst du, ist es nicht schöner, wenn alle zusammenspielen? Human Kite, nein! Ich will sehen, was passiert. Okay, Captain Diabetes. Haben wir in der Attacke die Beine driften? Nein, leider nicht. Ja, es ist mir leid, Human Kite. Aber du hast es nicht anders gewollt. Captain Diabetes, zur Attacke! Ja! Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Sorgen mit meiner Verwandtschaft anzulegen, und schlag ich tot! Mom, beruhige dich! Pass gut auf! Wir werden uns deine Vision steigen! Wißt du das jetzt hier mal ernst, Super Craig? Ja, ne. Es ist Craig time, ich meine, Super Craig time! Jawoll! Okay, wir können sie direkt angreifen. Was macht denn mehr Damage? Der macht 64. Und der? 82, ohne Block. Aber sie ist noch eine Runde lang wütend, das heißt, wir wollen erst mal den. Ja! Bleib von meinem Buben weg, der kleinen Monster! Nicht, dass dein hübsches Kostüm zerreißt, Super Craig! Jetzt wird der Kun! So, Kun! Du, das wolltest du schon immer tun! Du wolltest doch schon immer auf die Profloski draufhauen, Alter! Schaut immer! Ich weiß es doch! Warte, können wir die anderen? Oh, dann bluten alle! Ich glaube, das mache ich! Das ist echt praktisch! Komm, du kannst alle drei Profloskis auf einmal angreifen! Du, das Alter! Das ist sein Wunsch! Das weiß ich! Oh, ja! Oh, nein! Oh, nein! So! Können wieder nicht beide treffen, ne? Aber erst mal auf Human Kite lieber! Dann darf ich nämlich, glaube ich, stärker! Und hau rein! Oh, du die Finger von meiner Mann, ihr Wichser! Oh, zwei! Komm schon! Nicht auf den Arm Quake! Und tschüss! Aber Mrs. Profloski müsste doch down sein, oder? Ne, er hat noch... Nein! Ich hab... Nein! 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 Wer ist jetzt bitte noch übrig? Ihr kleiner Pätzle! Okay, nur 24? Vielleicht immer mit X? Oh, ja! Er blutet! Dann ist er spätestens nach der nächsten Attacke down! Hast du schon, du Pätzle! Mit Feuchertacke! So, und der Kuhdorffsbeenden! Und er macht mit Vergnügen! Reibel der Rache! Hihihi! Maximal ist Jersey! Ah, ja klar, die kommen ja aus Jersey! Also, also, die Mutter auf jeden Fall! Soweit ich mich erinnere! Ja, alter! Episch! Einfach nur episch! Mom! Alles ok? Ja, toll Jungs! Kai, geh und rufe die Polizei! Die sollen diese Kinder verhaften! Nein, nicht Mom! Keine Polizei! Das ist alles meine Schuld! Weißt du, ich habe... Kannst du nach Hause putzen? Der gespielt verstanden, komm wir tun dir Desinfektionsmittel drauf Ich habe halt das übliche Desinfektionsmittel vom Liederkirche über Excebe Und nein, der arme Junge Ja kacke, wie kriegen wir den darunter? So, wir können die runter vorzunehmen Ihr könnt Knallerwerfen Ihr könnt das Ausrufezeichen benutzen Markiere, Halter, LD gedrückt, um den Untersuchungsmodus zu wechseln Benutze, um die Windräder zu ziehen Ja, das, achso Markierung, Untersuchungsmodus, das Rad Und wähle das Drachensymbol oder Halt, dann A gedrückt Ach, jetzt können wir unseren Sidekick auswählen, geil Ungültiger, Verbündeter Wieso? Wir haben gerade seine Mutter verprügelt So, jetzt ist er ausgewählt Hä? Hä? Oder? Ah, über einen Stunden Hey, klasse Idee! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Was ist das? Was ist das? Nächster Versuch! Ja, ich bin leid! Ja, ich bin leid! Ja, ja, ich bin leid! Entschuldigung! Entschuldigung! Ja, Entschuldigung! Ja, Entschuldigung! Muss ich gedrückt halten? Ich geht Ich geht Ich geht Nein, bitte Näääääääääääääääää! sagen wichtige liegen schon jetzt muss man nicht mehr so sein und in den trafen von bauber oder hier gibt es dann jemand kalt aus dem allergien gewerbung nein also das muss noch eine foto machen doch wenn der fall gescheitern fort score jetzt können wir schon eine menge mehr rätsel lösen sie vielleicht direkt noch eins weil ich will nicht in sein können nicht rutschen schade ich will ihm sein drachen nicht wiedergeben wollte ziemlich starkes nur nun jetzt immer so festhalten und die anderen hin das ist ein weichkäse unglaublich unglaublich haupt ja ich kann wieder fliegen nur größere Superhelferkeit und vergib unseren Nachbarn warum macht ihr zwei nicht ein schönes Foto zusammen ja und dann Juncker soll sie übernommen zurück okay ich vergeben die jetzt noch mal in der alternativen Universum oh gott oh gott Platzmann hier so heute irgendwie verdecken das ja peinlich hat sie schon draufgedrückt ich hab kein Blitz gesehen ne 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 das mal Prozent weil er gut was ist so peinlich Kai Schwarz und er ist bei mir nicht mit einem neuen mit was wenn mit einem meiner neuen Superfreunde und wir sind im Fenster aufgestiegen die Klappe dort haben aber keine Hauptmissionen oder doch so doch doch wer war ich ich habe immer noch nicht verstanden wie du so viel Schwung erzeugt das Wunder auch wenn du irgendwann mal so hoch musste bla 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 irgendwas Prozent Prozent okay wo geht es lang wir kommen mit die Tasse um nach links nach oben die Gasse mit ihr zweiter nur ich meine er steckte Sondenten in Deutschland in Entschuldigung um mit der Windräder mit acht Nitzel die Rätsel nämlich auch lösen das ist die Klappe was ist los hast du dich eingeschissen geh mal wegen den wechseln du 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 ähm nach links war da irgendwo so ein Windrad oder hey wo nach ich habe einen lustigen Auftrag für dich kommt vorbei wir reden im Twix Kaffee es geht um eine wirklich wichtige Mission was was oh nein um anzugreifen war echt ein großer Fehler für sie die Raisins Girls allein was das ist für alle Frauen auf der Welt die Nutteils tragen müssen okay wir können hier können wir kein Schmetterschaden machen oder doch bei ihr können wir Schmetterschaden machen oh das haut sie komplett weg sehr geil rein in die blöde Fresse oh mein Gott das wird so ein Spaß du hast morgen wahrscheinlich ein blaues Auge aber mach einfach passenden Lidschatten auf das andere ich habe übrigens voll in dein Essen gespuckt was was ne okay wie viel hat sie äh und sie hat okay das sind die zwei starken stehen jetzt praktisch hinten wir müssen sie weghauen machen ihr noch ein bisschen damage hier ja und haut drauf jetzt haben wir noch zwei starke und ein mob ich hoffe nicht über die blöde das ein paar unbedingt was und nehmen okay der bequält die mit den gründen der m 50 80 ich uhr 150 ständigen große dealer ist speziell den jungen zu uns ich bin bereit für euch scheiße die steht direkt und rum jetzt bräuchten wir alle in reihe viel macht der und beide weg und tschüss was habt ihr jetzt davon wenn er mich wütend macht da guckst du blöder ok ja und hau rein ja würde ich mal so sagen oder ja und tschüss so das habt ihr jetzt davon wenn er euch mit mir anlegt du hast dich mit den falschen Bitches angelegt du denkst echt du bist ein harter Hund kann dir jemanden vorzustellen sag hallo Rebecca oh Gott ich hau euch klein und stopf dich mir in den Arsch was was hast du vor ich stopf gleich jemand an einen dunklen stinkenden Ort du hast dich mit den falschen Razors angelegt schmack sie euch oh mein Gott oh mein Gott mein Instagram Foto vom Ballettkurs hat 1000 Dislikes bekommen ich werde voll getrollt hhhhhh sagst du Hela warum hast du getwegetet dass ich mit Eric Cartman ausgehe habe ich nicht Mann jetzt werde ich auch noch voll getrollt so eine scheiße meine ganze Spoilerpult ich muss sofort am Computer so eine scheiße scheiße hhh gerade noch gerettet Hallo Neue! Keine Sorge, ich kündige alle ihre Instagram-Freundschaften. Hier sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen! Da kann man sich ne Menge feinde machen. Manche Jungs-Glaubenmädchen sind keine guten Superhelden. Naja, du weißt ja wie es ist ausgegrenzt zu werden. Haben dich deswegen deine Eltern versteckt? Weil dein Geschlecht in keine Norm passt? Wer hat mich denn versteckt? Du hütest deine Geheimnisse, hm? Okay, hör zu. Du hast ein riesiges Problem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei diesen Typen. Es gibt ein Gangsterboss, der hier ins Hauspark das Sagen hat. Und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschreckt. Ich checke schnell dich Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich hab... Ah ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Wenn du eine Information brauchst, du weißt auf wen du dich verlassen kannst. Callgirl. Wirklich Callgirl? Wir haben gewonnen. Wirklich? Heißt sie Callgirl? Ich jetzt? Wo war der da? Pheromoninfusion? Äh... Was? Gold-Karaboys-Rezept? Und Geld. Callgirl? Echt? Er macht denn sowas? Kuss. 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 Kuss.